Ich bin Uwe Gensheimer für Learn Handball. So kommen wir jetzt zum Dreher von oben ins lange Eck. Ihr springt ganz normal ab, probiert dem Torhüter das Gefühl zu geben, dass ihr ins kurze Eck werft, indem ihr euch öffnet und am Ende kommt durch ein Zusammenspiel von Schulter, Ellbogen und Handgelenk der Effet ins lange Eck. Aber Achtung, trainiert es erst oft, bevor ihr es im Spiel einsetzt. Bis zum nächsten Mal.